Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu, ja was denn eigentlich? Und dafür müssen wir einmal kurz hier in das schönste Studio der Welt, in Studio 2, denn hier hinterher wird etwas gebergwerkelt, das ich euch unbedingt einmal zeigen muss. Und hier ist nämlich schon der Benni, hallo Benni! Hallo, Jo. Und Benni baut gerade ein Studio und nicht irgendein Studio, sondern das Studio zu meiner eigenen Gaming-Show. Und darauf freue ich mich richtig, richtig, richtig doll, denn ihr habt die Möglichkeit gegen mich zu spielen. Das heißt, ihr könnt euch bewerben und dann duellieren wir uns hier in fünf Minispielen. Eins davon kann ich jetzt schon verraten, ist im großen Finale immer ein Bad-Boss-Match. Das heißt, diejenigen, die von euch schon mal gegen mich Bad-Boss spielen wollten, haben dann da die Gelegenheit. Und das Spannende ist nämlich, dass es nicht nur Minispiele in Videospielen sind, zum Beispiel Minecraft, sondern eben auch Real-Life-Disziplin. Das heißt, da kann alles auf uns zukommen, von Schiffe versenken, über Wasserballons ins Gesicht schmeißen und und und. Die Redaktion denkt sich das jedes Mal neu aus. Das heißt, du, derjenige, der sich bewirbt und ich hier, wir wissen nicht, welche Spiele gespielt werden. Das ist sehr spannend, weil so gehen wir völlig unvoreingenommen rein. Damit das Ganze auch lustig ist, wird hier im Hintergrund die liebe Sturmwaffe sitzen, mit der wir dann interagieren können. Der wird so ein bisschen als Sidekick hier seine typischen waffeligen Kommentare abgeben. Und damit das für euch natürlich auch nochmal einen richtigen Anreiz gibt, hier mitzumachen, könnt ihr natürlich auch was gewinnen. Und was genau das sein wird, verrate ich noch nicht. Aber ich sag mal so, es sind die geilsten Preise aller Zeiten. Also solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Wenn ihr jetzt hier drauf klickt, dann kommt ihr auf den Kanal, den ihr bitte abonniert. Denn dort wird die Show stattfinden ab dem 2.2.2015. Und damit ihr überhaupt eine Chance habt, gegen mich zu gewinnen, denn es ist ja allgemein bekannt, dass ich der allerbeste Minecraft-Let's Player der Welt bin, gibt es die Möglichkeit, Joker in der Show zu verwenden. Und da seid ihr jetzt gefragt, ihr lieben Zuschauer, auch die, die gar keine Lust haben, sich zu bewerben oder sich nicht trauen, ihr habt die Möglichkeit, Joker vorzuschlagen. Denn der Kandidat, der gegen mich spielt, hat die Möglichkeit, dreimal in diesen 5 Minispielen mich zu manipulieren. Und da seid ihr gefragt, was soll passieren? Soll mir eine elektronische Hand volle Kanne die Fresse einschlagen und die Zähne rausschlagen? Oder soll eine Wasserpistole 15 Minuten lang in mein linkes Auge spritzen? Oder soll mir die Nerfgun irgendwie die Nase brechen? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Denkt euch was aus. Und die besten und kreativsten Joker, die schnappt sich dann die Redaktion und wird sie dann im besten Fall in einer der nächsten Shows verwenden. So, und jetzt fragt euch natürlich, Bergmann, wie kann ich mitmachen? Ihr solltet mindestens 16 Jahre alt sein und ladet einfach mal ein Video auf einem Kanal hoch, wo ihr euch einfach kurz vorstellt und sagt, Bergmann, aus dem und dem Grund bin ich der perfekte Gegner für dich in Gipfelstürmer. Und dieses Video, den Link dazu, den reicht ihr dann bitte unter diese Adresse, die die liebe Technik gerade einblendet. Oder den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Da reicht ihr den Link ein. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns sehen würden ab dem 2.02.2015 auf dem Kanal, der hier verlinkt ist. Und auf den ihr jetzt bitte draufklickt. Und den abonniert ihr. Denn es wird total super. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt neighbors. وس Untertitelung des ZDF, 2020